Hallo, ich bin der Rodney Orpheus von PreSonus. Ich wollte ein bisschen erklären über dem Software-System, das geht mit unserem StudioLive Mischpult. Denn StudioLive Mischpult funktioniert sehr gut als Einzelteil. Allein. Man braucht kein Computer, es zu benutzen als Livemixer zum Beispiel. Aber wenn man hat einen Rechner auch dabei, es gibt viel mehr Möglichkeiten, dass man nicht mit einem normalen Mischpult hat. So, hier ist mein Mischpult hier. Ich habe meine Musik da. Und alles was ich mache auf diesem Mischpult ist hier auf unser Virtual Studio Live Software. Denn Virtual Studio Live ist ein Überblick über was passiert in dem Mixer. So, ich sehe hier für jedes Kanal auf meinem Mixer, sehe ich meinen Gate und Compressor und Equalizer. Sehr easy. Und ich habe auch Drag und Drop Presets für jedes Kanal oder für die Vollszene. Und ich habe auch Recording Software auch dabei. Aber ich habe auch Grafik EQs dabei. In dem Mischpult selbst gibt es acht 31-Band Grafik EQs. Ich kann die kontrollieren in dem Mischpult oder auch kann ich kontrollieren hier in dem Rechner. Was ist ganz nett, ist, wir haben auch diese Smart Technology eingebaut. Smart Acoustics ist von Rational Acoustics. Das ist ein Room Analysis Software. Das funktioniert in Exide durch ein Konzert. Oder auch als Room Analysis vor ein Konzert. Zum Beispiel durch ein Konzert. Wir haben hier auf den Grafik, wir haben auch ein Realtime Analysis System. So, ich sehe hier alles was passiert auf meinem Mix. Und der Realtime Analyzer ist unten mein Grafik. Was ist noch besser, ist dieses Spektrum Analyzer. Und das gibt mir ein volles Spektrum Analyzer über Zeit. Wenn die Frequenz ist leise, ist es dunkel. Wenn die Frequenzen gehen ein bisschen höher, oder ein bisschen lauter, dann ist es noch heller. So, blau ist leiser, grün ist ein bisschen lauter, rot ist laut. Und dann weiß, wenn es ist bürtlich laut bei jeder Frequenz. So, wenn ich Feedback in meinem System habe, ich sehe mein Feedback als eine weiße Linie, das geht von oben bis unten. So, es ist sehr, sehr einfach, ein Feedback zu finden und zu korrigieren, weil ich sehe den Feedback direkt unter meinem Grafik-EQ. Und ich habe acht Grafik-EQs, so ich kann den Grafik-EQs auf dem Main Mix haben, oder auch auf jedes Ausweg. So, ich kann auch mein Ausweg sehen. So, durch ein Konzert, wenn ich Feedback auf der Bühne in einem Monitor, wenn ich bin bei Front of House, ich kann sehen direkt, von welchem Monitor kommt das Feedback und welche Frequenz es ist und kann den korrigieren in zwei Sekunden, drei Sekunden. Super einfach und ein fantastisches System. Ich liebe das System, muss ich sagen. So, das ist alles in dem System als X-Site Smart Analysis. Und wir haben auch Smart Analysis Tools für das ganze Zimmer. So, ich gehe hier zu meinem Smart Wizard und jetzt habe ich mein ganzes Smart System als ein Wizard, als ein einfaches System zu benutzen. Ich sage auch Proceed. Und hier, ich sehe, das ganze Handwerk ist hier auf dem Rechner. So, es sagt, mach den Rumanalysis-Mikro und steck das ein zu dem Talkback-System. So, ich habe hier mein Presonus PRM1 Rumanalysis-Mikro. Und dann, ich kann jedes Ausgang analysieren. Denn StudioLive Mischfilter hat Ausgänge für Mainbus natürlich. Auch für jedes Subgroup. So, wir haben vier Subgroup-Ausgänge. Und auch auf diesem Mixer, wir haben zehn Augsbecken. So, ich wollte empfehlen, dass man analysiert jedes Ausgang, das macht einen Sound. So, jedes Monitor auf der Bühne und der Mainbus. So, wir testen hier auf dem Mainbus. Okay. Es zeigt mir hier, mach den Mikro hier vorne von der Box auf der linken Seite. So, wir machen ein Basic Analysis hier. Und wir gehen okay. Und dann haben wir ein Pink Noise Generator. Das hören wir unser Pink Noise jetzt. Und dann okay und Analyze. So, wir gehen in unser Analysis System. Und hier haben wir ein Vierband Parametric EQ für Analysis. Und jetzt sehen wir uns, die ganze Kurve. So, diese Kurve muss nicht genau flat sein. Aber sollte flat im Low- und High-Mid-Bereich. Ein bisschen mehr auf den Low- und natürlich ein bisschen unten hier oben. So, let's see. Und jetzt dieser Parametric EQ mit all unserem System ist hier automatisch in dem Mixer. So, wir haben jetzt mit den Parametrischen mehr oder weniger 90-95% den richtigen Sound haben. Dann natürlich müssen wir mit den Grafiken ein bisschen mehr mit den Ören tweaken für den musikalischen Klang. Aber die Boxen sind jetzt flat, so zu sagen. Macht das auch für jeden Stage Monitor fertig. Was auch ganz nett ist, ist die System Delay-Zeit. Jede Sub-Gruppe auf dem Mixer hat ein eingebautes Delay Line. So, das heißt, wenn ich viele Delay Towers habe auf meinem System, ich kann diese auch benutzen für die Delay Lines. Vielleicht mein Delay ist auf Sub-3. Ich will den Delay zu den M-Mus machen. Drücke OK. Oder ich kann den Delay kalkulieren und alle Delay machen. Man muss nicht mehr finden, wie viele Meter es ist und so weiter. Das ist nur zwei Sekunden fertig. Auch eine Ausgang-Check. Ich kann ein Pink Noise schicken zu jedem Ausgang. So, ich kann sehr schnell finden, wenn etwas nicht richtig verkabelt ist. Was noch besser ist, ist diese Go-Remote-Funktion. Ich habe hier mein iPad, so ich will jetzt go remote zu mein iPad und dann auf mein iPad habe ich alle diese Funktionen. Habe ich meine Fall-Room-Analysis hier auf dem iPad und mein System-Relay und so weiter. Und ich habe meine Fall-Mixer-Funktion auch in mein iPad. Ich habe jedes Kanal und ich habe Kontroll über jedes Track oder habe auch Multitouch dabei. Und es ist sehr schnell. Keine Latentside. Es ist ein Voll-Mixer auf dem iPad. Für jede Spur habe ich auch mein Gate und Kompressor und Parametric EQ auch dabei. Ich habe auch jedes Ochsweg auch hier. So, das sind alle meine Ochswege. So, ich kann dies benutzen als Stage-Mixer. Ich komme auf der Bühne mit dieses und und meine Monitor-Mixer direkt mit mein iPad. So, ich kann die Monitor-Desk auf der Bühne mit dem. Graphic Q-Q ist oft dabei. Alle meine Säne. Ich kann das Recall und so. Ich habe alles in mein iPad, als ich habe in den Fall-Mixer. Und man kann mit allen iOS-Devices gleichzeitig haben. Das heißt, iPads, iPhones, iPod Touch, alle gleichzeitig. So, jedes Musiker kann sein eigenes Personal Monitoring System haben. Auch mit einem iPad, einem iPhone oder iPod Touch habe ich auch den Software auch dabei. Ich muss nur Connect hier machen. Und dann habe ich jetzt auch eins hier auf meinem iPhone. All die Software, das wir machen für dieses System, ist kostenlos. Man kann den Virtual Studio Live downloaden von unserer Webseite bei presonus.com Mit die iPhone und iPad-Software, auch kostenlos bei den Apple App Store. Mach einen Search für Presonus und den Software kommt da. So, downloaden. Mehr Infos by MusikStore.de www.musikstor.de 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 Vielen Dank.